Die Kreuzfahrerstaaten Bis in die 1140er Jahre konnten sich die Kreuzfahrerstaaten relativ gut behaupten. 1144 allerdings gelang einem türkischen Heer die Eroberung von Edessa. Die Franken der Stadt wurde hingerichtet, ihre Frauen und Töchter versklavt. Die einheimischen Christen hingegen wurden verschont. Diese Einnahme von Edessa hatte eine Signalwirkung. Es war möglich, die Kreuzfahrer zu besiegen. In Europa wurde die Eroberung Edessas schockiert wahrgenommen. Der Papst triff sofort zum Kreuzzug auf. Der Widerhall war allerdings bescheiden. Abt Bernhard von Clairvaux predigte für den Kreuzzug, wandte sich dabei aber bewusst nicht an das Volk, sondern an die Ritter. Die Exzesse des ersten Kreuzzugs sollten sich nicht wiederholen. Ebenso sollte es keine Judenpogrome in Europa mehr geben. Ihm gelang es schließlich nicht nur den französischen König Ludwig VII. für den Kreuzzug zu gewinnen, sondern auch den römisch-deutschen König Konrad III. Bedeutender war Bernhard von Clairvaux allerdings bei der Entstehung der Templer, dem ersten geistlichen Ritterorden. Den Begriff Militia Christi wörtlich nehmend, hatte Hugo von Payan 1120 in Jerusalem einen Orden gegründet, der sich mönchischen Idealen genauso verpflichtet fühlte wie dem Heidenkrieg. Durch die Lage am Templum Salomonis wurde der Orden schnell Templerorden genannt. Die Aufgabe bestand darin, Pilger im Heiligen Land vor Überfällen zu schützen. Schnell allerdings beteiligten sich an den Kämpfen der Kreuzritter. 1129 wurde ihre Ordensregel vom Papst bestätigt. Bernhard von Clairvaux war begeistert von den Templern, denn sie lehnen die Verschwendungs- und Rumsucht des Rittertums ab. Sie führten einen asketischen Kampf gegen die Feinde des Herrn. Die Templer wurden zum vermögensten Ritterorden. Johanniter und Deutscher Orden folgten ihrem Beispiel. Ihre erste Bewährungsprobe bestanden die Templer am zweiten Kreuzzug. Im Frühjahr 1148 waren Ludwig VII. und Konrad III. nach verlustreichen Kämpfen in Anatolien mit den Resten des Heeres in Palästina eingetroffen. Entgegen dem Rat, gegen Aleppo vorzugehen, wurde beschlossen, Damaskus anzugreifen. Das war nicht nur unklug, sondern auch ein Vertragsbruch, denn es bestand ein Schutzbündnis. Die Stadt rief um Hilfe und als das muslimische Entsatz heranrückte, wurde die Belagerung abgebrochen. Die Kreuzfahrer zogen ab, der zweite Kreuzzug war gescheitert, Unternehmungen länger nicht mehr möglich.